Ist halt so lächerlich, dass wir Hedid verschwenden lassen Fünf, vier, drei, zwei, eins, pull Mobs, Roctopus... Jetzt habe ich auch keinen Debuff Du hast einen Debuff, du hast keinen Dings mehr Keine Anzeige, wenn du einen Debuff habt, ja alle immer Und Londo, das hast du den Großwirt, liegt an deinem Geister, Wolf Ja, ich glaube, wenn das Chargröße wird, wird der Kreisgröße Ein Schwarzer Ich glaube aber nicht, dass ich das auf den echten Kreis aufhabe, aber ich auch nicht Was hat denn Frostmatch für einen super Burst? Hat er halt So, wechsel jetzt Hitbox ist relativ klein von dem Hund Wie gebehindert, Karjaro Das ist sehr schön Auf den Range tritt dann ein bisschen mehr Braucht ihn ja eher weg Frost Special jetzt Also, da steht denn ne Waffe drin, gell? Er hängt doch mit dem Debuff nicht rein, ne? Trink läuft Oh, die Melee stehen die ganze Zeit in den Einstiegen drin Also, das sind die roten Kreise Scheint sie nicht zu stören bei so vielen hier Kreisen Ich sehe mehr blaue Kreise als irgendwas Das sah schon wieder und keine läuft aus Olden Torrent kommt jetzt wieder Der Job nicht mal Äh, doch Kami Spann Torrent of Avista Immune Statt So, die Skunk gleich Ich denke dran, dass ihr jetzt bei denen pottet Und jetzt? Und jetzt? Ah, ich bin klar Nicht immune Fick, Hated Hund, hat wieder Aggro glaube ich Joggy fix Joggy wechsel Hol dich Westpott Bitte geht auf die Hunde, dass wir das gut schaffen, jetzt kommt, das läuft, das wird's Eigen cooldowns lösen, wenn es gebraucht ist Hau zu weit, das ist schon runter Oh, du hast ein Easy durch den Boss oder so Oh, fischen, retten geht? Ja, hab ich schon So zählt jetzt Self cooldowns bei den AW Genau, ihr habt alle noch einen Mini-Shield-Wall oder sowas Ich hab meine Ampli-Feuer für das Und du musst mit dem die Waffe raus, Felicia Ich schneide den Try wieder raus So ein Stück ziehen irgendwie, die Waffe ist ziemlich kacke Geht aus den Kreisnetz raus, das wird's bissl kritischer hier Spott Mauerin Mobs, Roquius Mauerin Mobs, Roquius Mauerin Judy Sollen wir auf die Hunde gehen, oder findest du mit dem Biss? Kitet die Hunde mal und geht noch. Oh, lass mal Buss durchgehen. Ja, dann müsst ihr aufpassen, dass sie verdient war auf Summers. Bei dem Feuer stehen bleibt. Ah, scheiße, da kommt auch mehr. Hast du die Hunde? Oder einen? Ja, ich nehm den. Ben wieder hinten, hinten. Ben. Wir haben das irgendeine Hunde. Keine Mili ist mehr da übrigens. Ein Torrent, Barok. Ja, einfach sterben, Barok, dass du keinen raus springst. Versuch mit die abzufangen. Haha, Kegsürer regelt am Start. Nice. Jetzt werden wir voll zerfickt von dem AOE. Könnt ich's launen. Oh, mal gucken. Sieben Millionen. Guck mal, ob wir's mal gucken. Ja, ruhig, die Hunde zum Laufen. Hatte egal. Ja, easy. Mach doch mal Amplify Magic und so. Na, macht mal alles an. Mal gucken, ob's geht. Ja, muss ran. Jetzt bin ich hier. Okay. Okay. Ja, das ist ein bisschen süß. Die Runde greifen halt auch da mit AOE. Das ist halt dann... Ja, reicht. Das ist weg gewesen. Woran sind denn die Milis so verreckt? Einfach nur Dummheit? Ey. Es sah aus, als würde der Laser... Okay. Warte mal. Alles. Panther-Lava-Slash. Panther-Lava-Slash. Nidra-Lava-Slash. Tyrenia-Lava-Slash. Wie nöt...